Foto-Idee für zu Hause. Macht so ein Bild von euch und macht es in die App Pixart. Geht hier auf Aufkleber und sucht euch ein Bild von Wasser aus, welches euch gefällt. Macht es groß und geht dann oben auf Stradiergummi. Und malt jetzt mit Umkehren und Wiederherstellen den gesamten Boden und alles, was sich innerhalb von der Tür befindet, aus. Geht dann auf das Zeichentool und malt mit dem schwarzen Stift ein paar Schatten hinter euch und an die Türen. Geht dann nur noch zurück auf Aufkleber, sucht nach Flair, sucht euch eins aus. Ich hab meins auf Bildschirm gestellt. Das dann nur noch an die richtige Stelle machen. Und der erzählt, lasst mich unbedingt wissen, wer das Endergebnis findet und fragt mir für mehr Foto-Ideen.